Ja, hey Leute, Wolfgang hier. Willkommen zu diesem neuen Video. Dieses Mal möchte ich euch ein Online-Tool vorstellen, das vielleicht nützlich sein kann, wenn ihr öfter mal irgendwelche Änderungen in dieser HT-Access-Datei oder HT-Access, wie man es auch immer ausspricht, auf eurem Server vornehmen wollt. Über diese Datei kann ich ja den Apache-Server ein bisschen steuern. Was man da sehr oft macht, sind zum Beispiel solche Rewrite-Rules, also Umschreibungsregeln, um URLs irgendwie zu ändern. Ein klassisches Beispiel, man möchte alle Aufrufe immer auf eine HTTPS-Verbindung umleiten, also über ein SSL-Zertifikat, oder man möchte das www entfernen oder hinzufügen, oder alte URLs auf neue URLs umleiten und so weiter und so weiter. Und teilweise ist es recht simpel, da kann man nicht viel verkehrt machen. Teilweise kann es aber auch ein bisschen komplexer sein. Und wenn man Fehler in so eine HT-Access-Datei reinmacht, dann resultiert es in der Regel in einem 500er-Error. Die Website ist nicht aufrufbar oder nicht mehr aufrufbar. Das will man natürlich vermeiden. Und da bin ich vor kurzem über ein Tool gestolpert. Ich verlinke euch das natürlich in der Videobeschreibung und im ersten Kommentar unter dem Video. Da kann ich solche Rewrite-Rules, also diese Umschreibungsregeln, einfach mal testen. Ich kann das da eingeben und kann dann schauen, was kommt letztendlich dabei raus. Ist da ein Fehler drin, ein Syntaxfehler, funktioniert das so, wie ich es mir vorstelle. Und das würde ich euch jetzt mal zeigen. Bevor wir jetzt aber gleich mit dem Thema starten, noch ein Hinweis. Wenn dir Videos dieser Art gefallen, dann schau dich auch gern mal, nachdem du das Video jetzt fertig geschaut hast, auf meinem Kanal oben. Da gibt es ganz viele Videos rund um TYPO3 und Extensions, ab und zu auch mal zu anderen Themen. Und wenn dich das interessiert und du das noch nicht gemacht hast, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Und natürlich auch, wenn du die Glocke aktivierst, dann verpasst du nämlich keine zukünftigen Videos. Das wäre sehr cool. Und dann sage ich jetzt schon mal Danke. Aber jetzt geht es weiter mit dem Thema. Gut, dann gehen wir mal auf meinen Browser. Ich habe das jetzt hier schon mal geöffnet. Das Ganze nennt sich HT Access Tester. Und das Ganze ist eigentlich recht simpel aufgebaut. Ich habe hier im Prinzip zwei Eingabefelder. Ins Erste muss ich jetzt die Domain oder die URL eintragen, auf die jetzt meine Regel hier unten angewendet werden soll. Und ich werde das jetzt mal hier machen mit zum Beispiel unserer User Group Seite, also t3c.de. Und ich möchte jetzt eben, dass ein Aufruf über HTTP automatisch auf HTTPS umgeleitet wird. Und wenn man jetzt nach solchen Rewrite-Regeln sucht, dann findet man zum Beispiel das hier ganz häufig. Hier wird also in Zeile 1 mal überprüft, wird die Seite über den Serverport 443 aufgerufen. 443 ist immer der HTTPS-Port, kann man so ungefähr sagen. Wenn nein, ja, das ist das Ausrufezeichen hier, dann greift eben diese Rewrite-Rule hier. Und dann erfolgt eben hier die Umleitung auf HTTPS. Wir sehen hier ein paar Variablen, so ein bisschen, ja, ist das ein regulärer Ausdruck hier schon? Ich glaube schon, ich kenne mich da gar nicht so aus, ehrlich gesagt. Zum Schluss eben noch, was ist es für eine Weiterleitung Typ 301, also eine dauerhafte Weiterleitung. Und das ist die letzte Regel, die auf diese Bedingung hier, auf diese Condition zutrifft. Das ist dieses L hier. Das kann ich hier also eintippen und sage dann hier Test. Und dann sehe ich hier unten, was dabei rauskommt. Wir sehen also Output-URL ist HTTPS. Dann habe ich hier noch ein paar Debugging-Infos. Die Bedingung wurde erfüllt, ja, durch den Aufruf über HTTP wird ja nicht Port 4v3 verwendet. Und dann wird das Ganze umgeschrieben und die neue URL ist eben HTTPS. Dann sehe ich hier noch, okay, Tests are stopped. Das ist dieses L hier. Eine Weiterleitung wird durchgeführt mit dem Status-Code 301. Gut, wir können mal hier reingehen und mal versuchen, etwas zu ändern. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal direkt den Aufruf schon mit HTTPS starte, dann sehe ich eben, okay, die Bedingung wurde nicht erfüllt, ja, weil der Aufruf fand ja schon über den Port 4v3 statt. Dementsprechend wird auch die Umschreiberegel nicht ausgeführt. Oder wenn ich das mal so mache und kann das auch mal hier so zum Beispiel machen, aber im Prinzip den gleichen Effekt gilt dann genauso wenig. Ist jetzt natürlich nur ein simples Beispiel, aber es gibt halt doch oft Fälle, wo die Rewrite-Rules noch wesentlich komplexer sind. Ich sage bloß Content-Management-Systeme zum Beispiel. Und da kann das, denke ich, doch ein recht nützliches Tool sein. Ich selber brauche es wahrscheinlich nicht allzu oft tatsächlich, weil ich da selten selber etwas ändern muss. Aber vielleicht eben auch nützlich, wenn man alte URLs, auch Teilbereiche von alten URLs auf neue URLs umleiten will nach einem Relaunch einer Website zum Beispiel, wenn sich die URLs halt ändern, weil sich zum Beispiel das Content-Management-System, das Shop-System auch ändert. Die Fälle kennt ihr wahrscheinlich schon alle und wenn nicht, werdet ihr früher oder später damit zu tun haben. Dann würde ich sagen, setzt euch mal die Seite in eure Bookmarks und merkt euch das, dass es das gibt und vielleicht hilft es ja. Und vielleicht kennt ihr der eine oder andere auch ein Tool, was ähnlich ist oder was vielleicht sogar besser ist oder mehr Optionen hat, was auch immer. Dann lasst es gern wissen, schreibt es in die Kommentare. Würde ich mich auch freuen, ich check sowas immer gerne ab. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Und es wäre auch extrem cool, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, damit ihr keine zukünftigen Videos verpasst. Ihr kennt die ganzen Sprüche. Macht's gut, bis demnächst.